Ah ja. Schönes Ding. Warte kurz. Ich bin allergisch gegen Wookies. Erledigt sie. Schieß auf das Ziel. Wir kriegen jetzt schon auf. Macht ihr nicht ins Feld. Ich gehe rein. Ich dachte schon, denen wären die Sturmtruppen ausgegangen. Ah ja. Okay, die Kleinen zu schießen, bringt's also. Oh ja. Oh ja. so mein freund wenn sie eine dalle gemacht haben bringe ich das imperium eigenhändig zu fallen verstanden warte kurz technik ist viel zu kompliziert am besten einfach drauf oder wir ziehen es einfach raus ok krebs 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 man hat sie auf sofort So, vielleicht kommst du nicht nach vorn. Ich bin gesetzt. Lass dir nicht entkommen. Da haben wir schon eine wahren Lady. Sehr schön. Da sitzt eine Gummiente. Was sagst du zu dieser Rettung? Schlecht, was? Naja, wir leben noch. Das ist mehr als erwartet. Nice. Kommt die denn jetzt wieder her? Oh. So, zwei von drei. Einer fehlt noch. Warte mal, wenn ich das hier anziehe? Hört mich keiner mehr an. Uhahaha. Kann ich auch die Dinger hier benutzen? Hahaha. Wie cool ist das denn? Hoch, rechts, links, rechts. Hoch, rechts, links, rechts. Ja, absolut. Bin ich, kid? So. So, haben wir es dann? Oder kommen wir dann weiter? Ihr werdet näher kommen! Und diese Schlüsselkarte nie kriegen! Runter, rechts, rechts, hoch. Wie können wir das Kraftwerk aktivieren? Wie können wir das Kraftwerk aktivieren? So eine haben wir benutzt, als wir als Sturmtruppen verkleidet waren. So was doofes. Ja, schon doof, gell? So. Äh, wo müssen wir hin? Da. Hm, R2 haben wir nicht dabei. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Da ist kein Schloss dran. Sie werden durchkommen. Ah, ich muss aber jetzt den Loop machen. Ah, guck mal hier nochmal 3. Ähm, sehr schön. Ben? Ihr habt nachgelassen, alter Mann. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Nein! Lauf, Lauf, Lauf. Nicht übel, meine Rettungsaktion, ha? Wenigstens ist die Information in R2 noch intakt. Wir haben es noch nicht überstanden. Sehr cool. Nix davon. Special Edition. Aber Minikids haben wir zumindest mal eins. Zwei. Na gut. Lenkererschiff mit links oder rechts. Ja, Falke fliegen. Also, ich bitte dich. So, warte ganz kurz. Jaja, die Steuerung kennen wir doch schon lang. Wir müssen diese Information sofort zum Rebellenstützpunkt auf Javin 4 bringen. Ja, Moment. Und was für Informationen sind das genau? Die technischen Unterlagen vom Todesstern. Ich hoffe nur, dass uns die Analyse dieser Daten eine Schwäche aufzeigt. Klingt kompliziert und war nicht Teil unserer Abmauung. Sobald ich mein Geld habe, bin ich weg. Wegen eurer Belohnung braucht ihr keine Angst zu haben. Wenn es euch nur um Geld geht, sollt ihr auch nichts weiter kriegen als Geld. Nice. Guck mal da, Todesstern. Yay. So, jetzt müssen wir auf Javin 4 zum großen Jedi-Tempel. Es gibt bei mir übrigens neue Tipps. Nur, falls ihr mal vorbeischauen möchtet. Willkommen. Schön, dass ihr noch am Leben seid. Ja, ja. Kommando raus. Generäle warten ungeduldig auf diese Pläne. Bin schon auf dem Weg. Prost. Warte. Die Prinzessin kommt. Schnell. Tut alle beschäftigt. Die Prinzessin kommt schnell. So, hier ist wieder ein blaues Steinchen. Wie komme ich da dran? Oh, was ist denn das? Uh, da ist eine... Warte mal gerade. Ich will mal gerade was gucken. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Da ist nämlich so eine Karte. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Da ist nämlich so eine Karte. Ich habe mir einen Jedi. Oh, dafür brauchen wir einen Jedi. Wir haben keinen Jedi. Kannst du schon? Hast du schon? Wenn euch ein Astromekt begegnet der mit euch reden will, redet besser mit ihm. Die können echt lästig werden, wenn man sie ignoriert Du hast noch keine Power, gell? Scheiße Äh, dann komm ich hier auch noch nicht hoch Mist Ah ja, hol mal im freien Spiel Kein Problem Ich war nie irgendwie dran Ja, ich weiß Bin ich einfach reinmarschiert? Ach, guck mal hier du Hier ist Kinoabend Was wird hier geguckt? Ich hoffe, ich habe diese Besprechung noch nicht im Kino gesehen Was? Ich will auch gucken Hier gibt's Popcorn Cool Cool, hier bin Fiat Einen eigenen Kinoraum Sehr schön So, wo ist denn jetzt die Momotma? Alter, ganz oben Ihr habt die Pläne? Wir müssen sie sofort analysieren Also, ja Augen aufs Ziel Ist nur da scheiße lecker, die Dinger Mehr Feuerkraft als die halbe Sternenflotte Eine Analyse der von Prinzessin Lea überbrachten Pläne Hat eine schwache Stelle aufgezeigt Ein kleiner Ein-Mann-Jäger müsste den äußeren Verteidigungsgurtel durchbrechen können Bemannt eure Schiffe und möge die Macht mit euch sein Geil hoch Flügel in Angriffsposition Rot fünf ist der Luke Das ist fast wie zu Hause in der Bettlerschlucht Rot-Lila ist Red Chantilly Lass dich von deinen Gefühlen leiden Hier ist Punkt 1 Lange diese Tomboläne auf uns feuern wird das nicht Ihr wisst, was das Hoch ist Staffel Ich muss auch den Rest von ihnen noch ausschalten Ups Da war was im Weg Hoppla, tut mir leid Es ist okay Ich habe die Tomboläne ausgeschaltet Gut Aber wir ist noch nicht vorbei Konzentriert bleiben Wir fliegen rein in den Graben Wir halten uns die Taijäger von Leib So gut es geht, Rundfüllen Hier Rundfüllen Ich gehe in die Deckung Schraubstation ist riesig Achtet auf weitere Reisen Die auf euch zu fliehen Noch mehr Taijäger Jetzt bist du gefragt Ich bin schon dran Es sind zu viele Ich muss mich konzentrieren Das kommt jetzt aus Weder Erstmal Radio einstellen Das übernehme ich selbst Geh ich mir Deckung Jawohl Aufpassen Junge Die zentrale Ventilationsöffnung bleibt geschossen Solange die Anlater funktionieren Wir müssen sie öffnen Ach, mein Tummel Schieß auf die kleinen Öffnungen Ja Moment Lass mich da erstmal auf die großen Öffnungen schießen Ach, mein Tummel Bis nicht Das kommt Piratlant Bis nicht Prozeit Bis nicht Bis nicht Es ist Et Bis Nice. Du hast nicht ewig Zeit gerufen. Schieß auf die kleine Verläufe. Sie ist offen! Sie ist offen! Eine Torpedo darunter! Jetzt! Das ist es! Die Hauptöffnung ist am Ende dieses Grabens! Die Macht wird mit dir sein. Immer. Bam! Scheiße! Toller Schuss, Junge! Ein Millionen Treffer! Patrick, hau rein! Schlaf gut, mein Lieber. Schön, dass du da warst. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Was mit Chewie? Keine mehr da! Das ist ein Easter Egg, weil Chewie bekommt am Ende keine Medaille. So geil gemacht. Das, ihr Lieben, war Episode 4 Eine neue Hoffnung. Und es war richtig geil. Ja, wie? Alle Minikits! Oh, geil! Das war's. Ich bin ein kleiner Tipp. In der Welt. In der Welt! Das war's. Das war's. Und das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017